Jedes Spiel braucht Spielregeln. Ohne Spielregeln macht es keinen Spaß. Werden wir dann nicht glücklich dabei, haben keinen Erfolg. Und tatsächlich ist das Leben ja ein großes Spiel. Und ausgerechnet bei diesem, dem wichtigsten Spiel, ist die Regelkenntnis so gering. Und genau das kann Schicksalsgesetze ändern. Aber dazu ist es wichtig, die Schicksalsgesetze, die Spielregeln des Lebens zu verstehen. Denn unser Leben verläuft anscheinend mysteriös genau nach klaren Prinzipien. Und diese geheimnisvollen Prinzipien sind schon seit Jahrtausenden bekannt. Für die meisten liegt die Wiege der Weisheitslehre hier in Ägypten vor über 5000 Jahren. Wir gehen auf Spurensuche in der sagenhaften Welt der Antike. Dorthin, wo die geheimnisvollen Lehren ihren Ursprung haben. Denn die Schicksalsgesetze haben genau wie die Pyramiden die Jahrtausende überleben. Uraltes Wissen, seit Jahrtausenden bekannt. Umso mehr wäre es jetzt mal an der Zeit, dass wir es mal anerkennen und auch umsetzen. Die Schicksalsgesetze eröffnen uns ein Weltbild, das die scheinbaren Zufälle unseres Lebens in ein völlig neues Licht rückt. Das sind die Sternstunden, wo Menschen plötzlich anfangen, tatsächlich sich wieder zu öffnen für das, was Realität da draußen ist. Wie die Schicksalsgesetze, richtig verstanden, tatsächlich eine erstaunliche Kraft entwickeln können, davon berichten Menschen, deren Geschichten Mut und Hoffnung machen. Ich habe in mir dieses Gefühl, dass es Wunder gibt auf dieser Welt. Jeder von uns trägt in sich eine wahre Schatzkiste an Möglichkeiten, die endlich geöffnet werden sollte. Und was wäre denn, wenn wir gar nicht den Geist in der Wunderlampel bräuchten, wenn unser eigener Geist ganz ausreichend wäre, um Berge zu versetzen? Es gibt Hoffnung, dass wir die Regie für unser Leben endlich selber übernehmen können. Und wir haben heute die Chance, dieses Geheimnis in unser Leben zurückzuholen. Die Schicksalsgesetze